Dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. Zwei bis fünf Tage frei. Ja, bei mir steht Trainer Thomas Hausmann. Trainer, ja, nach der kurzen Weihnachtspause geht es jetzt wieder direkt in den Trainingsbetrieb rein. Die ersten Einheiten sind absolviert. Wie ist so dein Eindruck? Ja, alle sind gesund. Das ist das Wichtigste. Die Tests haben das auch gezeigt. Und die haben ihre Hausaufgaben gemacht jetzt über Weihnachten. Sie mussten viel im Grundlagenbereich nochmal laufen. Und das war für uns nochmal wichtig, diese Zeit auch zu nutzen. Und wenn du gestern die Trainingseinheit gesehen hast und heute da ist Zuck drin, sie machen ordentlich mit. Sie haben eine hohe Bereitschaft und es ist schön, die Jungs so zu sehen. Du hast gerade angesprochen, der ein oder andere Verletzte kommt zurück, kommt bald zurück. Ist möglicherweise auch schon auf dem Platz. Wie sieht es da gerade aus? Leon Belbel hat ja jetzt alles mitgemacht. Das freut uns. Hat sich ja wie ein bisschen Muskelkater nach der langen Zeit, Florikat und Timo Pertl, teilintegriert. Das ist auch schön zu wissen. Und machen dann eben die Woche nochmal mit Lars Mertelmeier diese ranführenden Dinge. Und dann hoffe ich, dass vor allen Dingen Florikat nächste Woche auch ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Und die anderen stoßen dann ab nächster Woche, Anfang der Woche dazu, Malachowski und Maxi Franzke Ende der Woche. Und dann sind wir fast alle wieder vollständig bis auf Lukas Liskowitsch. Und Dustin Brumhäuer braucht eben auch noch eine Weile mit seinem Kreuzband. Es ist ja so, dass in diesem Jahr alles ein bisschen anders ist. Sprich, es gibt keine wirkliche Winterpause, eben nur diese kurze Weihnachtspause. Welchen Einfluss hatte das denn auf eure Vorbereitung jetzt, gerade in Bezug auf den Januar, der ja recht straff ist mit sieben Spielen? Ja, bei uns ist es ja nochmal ein bisschen anders gelaufen. Also durch die beiden Spielausfälle haben wir nochmal die Chance gehabt, da, wie ich es erwähnt hatte, im Grundlagenbereich noch was zu tun. Und können die Woche und nächste Woche inhaltlich nochmal was machen, was unsere Defensive Arbeit betrifft, die sehr stabil ist in den letzten Wochen. Und was wichtig ist, dass wir eben offensiv Lösungen schaffen und Abläufe schaffen und Sicherheit bekommen, um einfach da eben torgefährlicher zu werden. Das ist ein großes Thema und da geben wir den Jungs was in die Hand. Und wenn man das, was ich erwähnt habe, sieht jetzt in den beiden Einheiten, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Es ist jetzt ja so, dass die Tabellensituation klar ist. Momentan auf dem letzten Tabellenplatz schaut sich natürlich niemand so richtig gerne an. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es ja so, dass es in der dritten Liga alles sehr eng auch ist. Eben die angesprochenen sieben Spiele im Januar, da kann man einiges gerade rücken auch. Welchen Eindruck hast du so, wie geht die Mannschaft auch jetzt mit dieser Situation gerade um? Und wie können wir dann auch so in diese Richtung, so mit dem richtigen Gefühl dann in den Januar reingehen? Ja, wichtig ist, dass wir positiv bleiben und uns selber oder mutig sind und Vertrauen haben in uns. Also ich meine, klar können wir das jetzt nicht rückgängig machen, dass uns zwei Spiele fehlen. Und die Situation ist so. Und wenn man die Tabelle sieht, wenn wir ordentlich starten, dann hast du sofort wieder Anstoß. Und das ist halt wichtig und wir müssen einfach die letzten Spiele, die müssen uns Mut machen. Wir haben fünf Gegentore gekriegt, wir haben in sieben Spielen zehn Punkte geholt, wir sind stabiler geworden. Klar, da haben wir vielleicht das eine oder andere Unterschied und das wissen wir und daran müssen wir jetzt arbeiten. Aber der Weg ist doch richtig und das vermitteln wir. Wir sind klar, wir sind heiß, also wir sind da auch völlig, ja, also wie sage ich, einfach positiv. Also dass wir auch als Trainerteam, ich als Cheftrainer da auch positiv vorangehe und sage, okay Männer, wenn wir wieder hart arbeiten, fleißig sind und so, was wir auch tun, ja, dann kriegen wir das in die Richtung und das müssen wir einfach vermitteln. Und ich habe nur den Jungs gesagt, sie sollen nicht viel rechts und links gucken. Sie sollen einfach in dem engeren Zirkel, wie wir hier miteinander umgehen, wie wir arbeiten, wie wir eben alles vorbereiten, da sollen sie eben auch Sicherheit schöpfen. Und das wünsche ich mir einfach. Alles klar, Trainer. Erstmal vielen Dank und weiterhin gute Einheiten.